Hallo liebe Zebras, hier sind Jonas und Knolli wieder. Wir haben heute noch was richtig, richtig Geiles für euch zum 4. Advent. Und zwar... Zum 4. Advent gibt es heute einen Preis von unserem Hauptsponsor Trinkgut. Ist ja Wahnsinn, wie viel denn? 2 mal 50 Euro Trinkgutschein. Trinkgutschein. Ja, so wie ihr es schon gesagt habt, es ist ein Trinkgutschein. Und ihr könnt ihn natürlich dann einlösen und könnt euch richtig geile Getränke aussuchen. Also, viel Erfolg, macht mit!